Ich bin im Supermarkt. Was? Ist da ein Supermarkt? Also ich muss da jetzt wie gesagt nicht hin. Ich auch nicht. Bleiben. Obwohl, ich brauche eine Karte. Doch, lassen wir. Können wir auch südlich dran vorbeilaufen? Ne, ich will die Karte. Geh mal rein. Ich war gerade irgendwo ein Gewehr angezeigt. Aber jetzt nicht mehr. Also wie gesagt, ich muss auch nicht rein. Ich kann auch alleine rein gehen. Also ich habe schon mal eine dritte Map gefunden jetzt gerade. Ja, ich kann ja vielleicht ein Motivplatz suchen, wo ich ein bisschen überblicken kann. Wobei hier wahrscheinlich nicht der Fall ist. Warum hat es gerade hier ein Ausrüstungssymbol angezeigt und jetzt zeigt es nicht mehr an dem Heli? Boah. Spasti! Ne, der Typ hat mich mit einem Double Barrel angeschossen und trifft mir auf dem Bild. Boah, das leckt hier wie Sau, ey. Das ist aber besser geworden nach dem Neustart. Ne? Wurde im Neustart. Echt? Da habe ich eigentlich keinen Unterschied, muss ich sagen. Ah! Aber es war vorher eigentlich so. Und dann muss ein Zombie her. Vielleicht bin ich auch nicht auf den Weg gekommen. Ich habe Zeit und da hätte ich dir fünf Antibiotikum geben können. Ja, ich will. Aber dann muss ein gewisser Herr mit dem Auto... So, hattest du mir in Vibor letztes Mal hier deine Klamotte gefunden? Ja. Probier ich jetzt auch. Was, in dem roten Backsteinhaus war das? Ach lol, die sind hier mit einem Quad hergefahren. Boah, leck. Ich habe hier übelste Grafik-Fucks aus dem Server. Ich brauche nur wirklich bei mir durch das alles weib hier. Alle Bäume. Ich habe den Typen, die da reingekommen haben, das vorne geklaut. Der macht diese... Ich wollte welchen... Ich habe hier reingekommen, ich bin jetzt mal weggefahren. Ich habe nicht fast den Klusen mehr. Verläufig. Was soll ich dir ausmachen? Die Video-Einstellung. Immer wie schon mal umloben. Da ist so ein... Da geht es so eine Treppe hoch. Genau, so eine Treppe. Aber der Supermarkt sieht auch nicht so aus. Das wäre da was drin. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Ich scherne wieder. Ich hasse es, ey. Meine Fresse. Jetzt habe ich die Treppe nicht getroffen. Ich hasse dieses verfickte Spiel. Ich glaube, ich bin schon wieder leicht lesing. Deswegen. Wir sind nämlich auch keine Zombies. Ja, dann... Habe ich mich noch mal ein. Ich habe mich ewig lang jetzt gerade angeschlichen, ey. Kannst du ein bisschen warten, Christian? Ich habe kaum noch Klamotten gefunden. Ja, ich muss gerade vor Zombies abhängen. Du Arsch. Du Arsch. Was geht denn? Du Arsch. Ich habe mich gerade gegen zwei Leute durchsetzen müssen. Es ist mir egal. Du Arsch. Oh, ich habe auch ein Fahrrad gefunden. Den Klamotten. Der wird vielleicht eher mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren, dann bin ich quer durch die ganze Map ganz schnell. Und das ist wie Sau. Muss ich mal gucken wie kaputt das ist. Ich hab gesagt, dass ich dich hasse. Warum denn? Das kann ich dir dafür? Weil ich durch die Stadt renne und hier spawnt nix. Was? Bist du jetzt wieder reingesbekommen?